Bitcoin tradet weiterhin an den 52.000 Dollar, was mega bullisch für den gesamten Markt ist. Heute unterhalten wir uns über ein Signal, welches Bitcoin auf die 60.000 Dollar bringen könnte. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Crypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Schaut euch mal diese zwei Kerzen an, die sind doch wirklich ein Traum. Glückwunsch an all die, die den Bärenmarkt durchgehalten haben und akkumuliert haben. Die ganzen Strapazen zahlen sich jetzt aus. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr wieder ein Plus seid oder zumindest Plus-Minus-Break-Even seid. Würde mich echt mal interessieren. Jetzt kommt aber das große Aber. Wenn der Markt greedy ist, wird es Zeit, vorsichtig zu sein. Wenn wir uns mal den Crypto-4-In-Greed-Index anschauen, können wir sehen, dass wir bei 72 waren und gestern sogar bei 74. Das ist zwar noch nicht extreme Gier, aber trotzdem ein Bereich, in dem man zumindest langsam etwas achtsamer werden kann. Weil auch wenn in einem Bullenmarkt der 4-In-Greed-Index durchaus länger in einem extremen Gier-Bereich bleiben kann, gibt es zwischendurch immer wieder Zeiten, wo der Index zurück nach unten springt. Ich sage nicht, dass man jetzt Panik schieben und aus seinen Positionen rausspringen soll. Der Markt sieht super stark aus. Jedoch könnte es jederzeit soweit sein, dass wir noch einen Rücksetzer bekommen. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, ein ganz genaues Auge auf die Charts zu haben. Genau aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass ich nächste Woche oder spätestens die Woche danach ein Discord einrichten werde, wo es dann zusätzlich zu YouTube-Updates geben wird. In dem Discord werde ich euch besser auf dem Laufen halten können. Es wird viele aktuelle Charts zum Traden geben, Coin-Tips und auch sehr viele ausführliche Informationen, die einfach nicht alle ins Video passen. Außerdem könnt ihr mich dann auch immer Sachen persönlich fragen. Da mich auch ein paar Fragen bezüglich des kostenlosen Kurses erreicht haben, wollte ich da auch noch kurz drauf eingehen. Und zwar bin ich dabei, den Kurs zu machen. Aufgrund dessen, dass ich die letzten drei Wochen leider krank war, verzögert sich das alles etwas. Ich bin aber dabei und arbeite jeden Tag an dem Kurs. So, aber dann auch mal zurück zu Bitcoin. Das erste Anzeichen, auf die man achten sollte, wäre auf jeden Fall der Weekly Closed, der ansteht. Und zwar sollten wir auf jeden Fall über diesen Widerstand hier closen, der nun als Support fungieren sollte. Wenn wir das Level noch einmal antesten sollten und von da aus bouncen, dann wäre das ein sogenannter SR-Flip. Das bedeutet, dass wir den Widerstand zu einem Support geflippt haben. Wenn wir die Kerze jedoch so stark schießen sollten wie jetzt, dann könnten wir bald unseren größeren Widerstand bei knapp 60.000 Dollar retesten, wo wir auch diese zwei Riesentops gebildet hatten. Und das meiner Meinung nach Verrückteste ist, dass Retail noch nicht mal wieder am Markt investiert ist, obwohl wir kurz vor dem All-Time-High stehen. Wenn wir mal hier schauen, dann waren wir bei den letzten Google Searches das letzte Mal, als Bitcoin bei 50.000 Dollar war, hier oben bei 90. Und jetzt sind wir gerade mal hier bei 20. Ich finde, das zeigt schon, wie riesig der Bullrun noch werden wird, wenn der Retail-Investor erstmal einsteigt. Wenn wir uns jetzt Bitcoin auf dem Weekly anschauen und dort auf den Chart-Premise-Letter schauen, dann sehen wir, dass wir weiterhin Money-Inflow haben und es darauf schließen lässt, dass wir weiter nach oben gehen können und tatsächlich die 60.000 Dollar bald sehen könnten. Wenn wir uns nun auch mal den BWP anschauen, dann sehen wir, dass dieser nun über den 10% ist und nach oben hingekreuzt ist, um gerade damit anfänglich zu expandieren. Das Krasse an der Sache ist, dass wir laut dem BWP erst am Anfang einer volatilen Bewegung stehen. Und das, obwohl wir schon heftig nach oben gegangen sind. Jetzt ist natürlich Volatilität richtungsneutral und rein theoretisch könnten wir auch einen riesen Drop sehen. Aber wenn man sich alle Indikatoren und den Trend anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit im Moment natürlich höher, dass diese Volatilitätsausdehnung nach oben gerichtet sein wird. Wenn wir uns jetzt auch mal den S&P 500 anschauen, können wir sehen, dass der SPX sich nach einem kurzen Rücksetzer nach den CPI-Daten wieder erholt hat und wir die offene Lücke gefüllt haben. Die Tatsache, dass wir so einen starken Bounce sehen, wirkt natürlich auch noch einmal unterstützend für den Kryptomarkt. Im Übrigen habe ich hier noch einen echt mega interessanten Chart mitgebracht von SMCI, also Super Microcomputer. Wenn man den Chart so sieht, könnte man denken, dass das für ein Altcoin schon ziemlich nette Gewinne sind. Aber das Krasse ist, dass es sich hier nicht um ein Altcoin handelt, sondern um ein ganz normales, öffentlich gehandeltes Unternehmen, das sich im AI-Sektor angesiedelt hat. Die Aktie hat alleine seit Anfang des Jahres gute 3 Eps gemacht und seit 2021 sogar über 1000%. Man kann also sehen, dass das Narrativ noch lange kein Ende gefunden zu haben scheint. Und jetzt überlegt euch einfach mal, wenn das eine normale Aktie ist, wie viel Potenzial da noch im Kryptomarkt möglich ist. Aus dem Grund werde ich auf jeden Fall das versprochene Video machen, wo ich euch ein paar meiner Lieblings-AI-Projekte vorstelle. Falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und es würde mich auch tierisch freuen, wenn ihr für den Algorithmus einen Daumen nach oben da lasst. Dann lasst uns noch einen kurzen Blick auf die Bitcoin-Dominanz werfen. Und da sehen wir, dass es durchaus immer noch möglich ist, dass Bitcoin die Altcoins weiterhin ausperformt und bis zu den 60% geht. Das würde heißen, dass die Tuttle-Tü-Market-Cap weiterhin noch etwas konsolidieren würde, was uns weiterhin gute Einstiege für Altcoins bieten könnte. Da ich ja für morgen dabei bin, ein Video vorzubereiten, in dem ich ein Portfolio vorstelle, welches ich persönlich kaufen würde, wenn ich nur 1000 Dollar zum Investieren hätte, würde uns eine weitere Konsolidierung nur in die Karten spielen. Denn wenn Bitcoin wirklich zu den 60.000 Dollar pumpt, dann wird Bitcoin die Altcoins auf jeden Fall weiterhin ausperformen. Ich persönlich würde es lieber sehen, wenn Bitcoin langsam eine längere Konsolidierung oder Korrektur sehen würde. Denn meistens ist es so, alles, was in einer geraden Linie nach oben prescht, genauso wieder runterkommt. Es wäre also viel gesünder für den Markt, nicht so rasant, ohne Pause nach oben zu steigen. In früheren Zyklen haben wir Korrekturen von bis zu 40% gesehen. In diesen waren es bis jetzt immer nur um die 22%. Wenn wir jetzt weiter zu den 60.000 Dollar pumpen, dann könnten wir durchaus eine 40%ige Korrektur sehen. Diese würde uns dann knapp auf 35.000 Dollar bringen. Dies würde tatsächlich auch mit der Liquidität hier übereinstimmen, welche auch bei knapp 35.000 Dollar liegt. Ich persönlich werde auf jeden Fall bei den 60.000 Dollar ein paar Profite von meinem Tradingportfolio nehmen. Denn der Risk-Reward ist mir persönlich dann nicht mehr gegeben. Wichtig noch einmal zu erwähnen ist, dass ich mein Tradingportfolio meine, nicht meine Huddlebacks. Die halte ich bis zum Ende des Bullruns. Dann haben wir auch noch einige bärische Divergenzen auf dem Daily Timeframe und ein Verkaufssignal. Wenn wir jetzt das lokale Top sehen würden, dann hätten wir tatsächlich noch eine weitere bestätigte bärische Divergenz. Wenn wir jetzt mal von einem Top ausgehen würden und ein FIP ziehen, dann könnten wir unsere nächste Kaufzone zwischen den 43.000 und 46.000 Dollar liegen. Aber wie gesagt, wenn. Darüber können wir ja nochmal sprechen, wenn es dann soweit ist. Dann fand ich das ja noch ganz interessant, dass seitdem der Bitcoin-ETF gelauncht wurde, die Gold-ETFs hart abverkauft wurden. Seit dem Launch haben wir Gold-Outfluss in Höhe von 2 Milliarden Dollar gesehen, wohingegen wir bei Bitcoin ETF-Influss von über 4 Milliarden Dollar gesehen haben. Es scheint so, als wird der Markt langsam verstehen, dass Bitcoin das bessere Gold ist, was schwer zu leugnen ist, wenn man sich die Performance der letzten Jahre anschaut. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.